Boah, ich habe die Leinwand vorher gar nicht gesehen. Wir hoffen alle, dass es dir gut geht und dass du eine tolle Zeit hast. Und wir gehen mal davon aus, dass du jetzt auch schon so lange weg bist, dass ihr in einer intensiven Kennenlernphase seid, die Bachelorette und du. Und wir wollten der Bachelorette eigentlich nur noch mal sagen, was für einen tollen und loyalen, ehrlichen, sympathischen, gutaussehenden und humorvollen Mann sie bekommt. Ja, wenn du ihn nicht willst, dann bekommst du uns auch mit. Das stimmt. Aber ich kann dir sagen, dass ich hier eine super sympathische und humorvolle Familie erwarte mit ganz viel Spaß und Freude. Und wir uns tierisch freuen würden, wenn du auch dabei wärst. Und du solltest dich auf jeden Fall für ihn entscheiden, weil... Weil er der Geist ist. In dem Sinne... Tschüss! Ach, ich liebe deine Familie. Überraschung. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ich war mit so einer Familie extrem. Ich weiß nicht, ich bin halt so ein Familienmensch und mir fehlt hier Sonntags Familientag mit meiner Familie. Auf deine Familie. Ja. Auf euch, Silisa. Wir haben beide eine sehr kleine Familie, aber eine sehr liebenvolle Familie, eine sehr, ja, eine sehr goldige Familie und ich glaube, es passt schon sehr gut. Ich glaube, ich könnte mich da schon wohlfühlen. Ja. 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 Mach dir was gefasst. Junge, Junge, Junge. Aber ist cool. Ich fand es schon richtig schön, wenn er halt einfach schon überhaupt drüber nachdenkt, ob unsere Familien sich auch verstehen würden und das ist schon sehr süß. Weißt du, worauf ich Bock hätte? Dass du mal meine Mom kennenlernst. Ja. Ich kenne ja jetzt deine Mom, aber ich würde gerne wissen, was sie dazu sagt. Ich finde, das ist ein guter Moment, um noch eine Überraschung zu zeigen. Okay, ich bin gespannt. Ich komme nicht so weit. Ich komme nur bis hier. Ich habe dich die letzten Tage echt vermisst. Hallo Adrian, mein Schatz, wie geht es dir? Ich habe dich so vermisst, ich kann das nicht beschreiben, mein Schatz. Ich habe mich richtig gefreut auf diese kleine Überraschung, weil ich ja weiß, wie wichtig ihm seine Mama ist. Und du weißt das, ich habe immer zu dir gesagt, diese Frau, wenn die dich auswählt, die ist glücklichste Frau in der ganzen Welt. Wenn du deine zukünftige Frau nach Hause bringst, ich liebe deine zukünftige Frau mehr als du. Mama, du kennst mich langsam, ne? Und sie ist wirklich willkommen bei uns. Ich liebe dich über alles und ich vermisse dich, mein Schatz. Und sie ist richtig. Gute Überraschung. Du weißt dich krass zusammen, so richtig? Ja, war schon gut. Meine Mom, ich vermisse sie so sehr. Krass. Meine Mama! Wie ich die vermisst habe. Ach, Herm, die Arme. Die Arme, ne? Das war auch so mein kleiner Lichtblick, weil ich dachte, sobald ich ihm das Video dann zeigen kann, geht es ihm auch noch mal besser. Dann stärkt ihn das auch noch mal so ein bisschen. Und das Video war auch so süß. Aber es ist eine schöne Überraschung. Es ist eine sehr schöne Überraschung. Ich danke dir. Ich habe noch nie so ein verbundenes Gefühl mit einer Frau gehabt. Die nicht aus meiner Familie stand. Und das ist halt das, was mich noch hier hält.